So, ich Depp hab mal wieder nicht aufgenommen. So, noch einmal kurz hier. Neue Runde mit dem frisch gekauften Tank-Kit. Okay. Also, ich hab mir gerade frisches Tank-Kit gekauft, das wollte ich nur eben sagen. Hab vergessen, den mal einen Kill-Off zu nehmen, den ich vorher gemacht habe. Und es geht direkt weiter. Sauber, nice. Oh, was? Alles klar. So, ich versteck mich jetzt hier wie ein ganz krasser Boll. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Nice. GG. F*** geil. Nein! Oh mein Gott! Ja! Oh, lol! Jawohl, sauber. Oh, alter! Hätt die mich jetzt gekillt, ne? Hallo, Überraschung! Und... LOL! GG. natürlich ein bisschen unfair der fight am ende weil bei dem rüstungsunterschied hat er kaum eine chance ok ich mache so nehme ich was will gefällt mir der muss ja mega lowlife gewesen sein dass ich den so schnell klingen konnte kopfdabbel rüber mit den enden ab der erde ich probier's mal nicht gerade gut sauber megan ist abgestopft jawohl sauber es ist aber gut leute drei hintereinander wollt ihr mich eigentlich verarschen okay was hat der typ hier vor alles klar ich kann nicht reden leute super nice das ist beschwert oh mein gott hoooly shit hi lol wie viel scham macht der mir denn ach das ist super ich wollte schon sagen wie konnte der denn so viel aushalten ja ich kann da nicht suchen von daher verbrenne ich den ganzen mist hier einfach ja 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 die guys bringt die nichts Nee, nee, nee. So läuft das hier nicht, mein Freund. Na komm. Was war das denn für ein Move, Digga? So kriegst du ja keine Kills. Ich glaub, der hat vergessen, seinen Fire Resistance-Drank zu trinken. Okay, ich lass den mal kommen. Der ist ein Pro. Der wird bestimmt gut sein. Nein, ist mir schlecht. Hi. Sauber, läuft! Nee, ich komm nicht zu dem. Der hat so hart vor, da TNT runter zu werfen. Okay, ihr wisst ja was? Ich baue das TNT ab. Das wird mir zu gefährlich sonst. Ja, genau deswegen. Hat der jetzt vor, meine ganze Insel hier wegzubomben? Ja, ich glaub, das war davor. Ja, ist klar, ne? Was? Alles klar. Na, ne Nudel? Ist das... Das ist so safe, ein Hacker, oder? Dann lass ich mir eben gucken. War da, dass er direkt gesnitten hat. Ja, klar. Guckt euch das mal an, Leute. Guckt euch das an. Und wie ist das, ne K? So, mal gucken, ob wir den noch live gebannt kriegen. Oder das heißt live, aber... In der Aufnahme gebannt kriegen. Tsss. Also auffälliger kann man's auch nicht machen, oder? Lol. Sag mir nicht, dass der auch noch hackt. Ha! Zwei Eker in einer Runde. Ja, geil. So, jetzt wird's nicht zeigen. Hat der Typ auch noch Killer? Ja, die haben auch safe bei der Killer, oder? Digga, das sind alle vier. So, alle anderen drei Spieler. Was? Na, Konrad? Scheiße. Scheiße. Oh, das ist noch einer. Oh, der ist so ein Schwert. Oh Gott. Oh, mein Gott. Nice. GG. Bis zum nächsten Mal.